Bei dieser Aufnahme kommt mir die Hautstruktur etwas zu stark zu Geltung. Wie kann ich diese abschwächen? Bevor ich eine aufwendige Version zeigen werde, möchte ich aber den einfachen Weg Ihnen einmal etwas näher bringen. Dazu habe ich das Bild dupliziert und gehe nun hier in die Ebenen. Ich werde diese Ebene im linken Bild duplizieren. Das rechte habe ich deshalb hingetan, damit Sie den Unterschied gleich erkennen. Ich werde diese Ebene mit Weichzeichner bezeichnen und werde nun den altbekannten Filter Gauscher Weichzeichner anwenden. Den mal mit einem Pixelradius von etwa 7. Ziemlich stark. Dann mache ich eine Ebenenmaske und gehe mit gedrückter Alt-Taste auf Mac auf diese Ebenenmaske und sage bearbeiten Fläche füllen mit der Farbe schwarz. Dann gehe ich zurück ins Bild. Ganz wichtig, hier unten, ich wähle die Vordergrundfarbe Weiss. Wenn hier andere Farben definiert sind, klicken Sie einfach auf die kleinen Symbole, um hier wieder Schwarz und Weiss zu erhalten. Die Farbe wechseln kann ich von Vordergrund zu Hintergrund über diese beiden Pfeile hier oder mit der Taste X. Dann, ganz wichtig, ich gehe auf die Ebenenmaske zurück und wähle nun das Pinselwerkzeug. Ich gebe in etwa eine Deckkraft von 50% und kann nun hier diese Unreinheiten etwas glätten. Und zwar gezielt so, dass sie keine Augenbrauen usw. glätten, sondern da die Schärfe erhalten bleibt, sondern nur in der Hautstruktur. Wenn man sich etwas mehr Zeit lässt als ich hier, dann kann man das ziemlich fein und schön dezent anbringen. Jetzt sagen einige Leute, wenn man das vergleicht, ja, das ist aber doch ein bisschen deftig. Ich gehe mal hier noch bei den Augen etwas hin. Ich gehe zurück in die Ebene. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn diese Ebene ausgewählt ist, auch hier nochmals die Deckkraft anzupassen. Wenn ich diese Korrektur etwas reduziere, kann ich jederzeit die Retusche rückgängig machen oder einfach hier mit der Deckkraft abgeschwächt etwas zurückbringen. So wie mir dann in etwa die Korrektur passt. Das einmal der einfache Weg, um Hautstrukturen abzuschwächen. Bis zum nächsten Mal.